Die Überreste der einst ausgedehnten Burganlage liegen auf einem felsigen Hügel unterhalb vom Präz im Graubünden. Direkt erwähnt wird die Burg Heinzenberg erstmals im Jahr 1394. Der Flurname taucht 1380 auf. Die Anlage ist jedoch wohl wesentlich älter. Der Heinzenberg gehörte im Hochmittelalter zum Herrschaftsgebiet der Herren von Watz, der einflussreichsten Adelsfamilie in Räzien zu jener Zeit. Sie waren wohl auch die Erbauer der Burg, deren fünfeckiger Turm im Zeitraum um 1200 entstanden ist. Von diesem ist heute nur noch ein Reihstockwerke hoher Mauerzahn übrig geblieben. Vor seinem Einsturz 1956 war er sechs Stockwerke hoch. Man sah noch Türöffnungen und im vierten und fünften Geschoss gab es Spuren von Laubengängen. Weiter sind noch Teile der an den Turm anschliessenden Ringmauer vorhanden. An dieser waren wiederum mehrere Gebäude angelehnt. Von diesen sind noch Reste erkennbar. Vielleicht handelte es sich dabei um Wohnbauten. Doch dies ist nur Spekulation. An der Nordseite verläuft zudem eine Trockenmauer, deren Zweck bis heute ungeklärt ist. Aus der Herrschaftszeit der Watzer gibt es keine schriftlichen Hinweise auf die Anlage. Erstmals wird die Burg genannt, als sie nach dem Tod von Donat von Watz, dem letzten Freiherren, im Jahr 1337 über die Erbtochter Ursula, an deren Ehemann Graf Rudolf von Werdenberg-Sarganski. Sein Sohn Johann verkaufte 1383 alle Rechte am Heinzenberg an Ulrich Brun von Rezünz. Die Burg blieb in den Papieren jedoch unerwähnt. Diese wird erst 1394 im Zusammenhang mit den Zinsabgaben der Untertanen als Besitz der Familie genannt. 1451 wurde Heinzenberg im Zuge der Schamser Fede erobert. Im Gegensatz zu vielen anderen Burgen blieb sie jedoch unversehrt. Zehn Jahre später kam die Anlage wieder in den Besitz der Grafen von Werdenberg-Sargans. Graf Georg nannte sich nun fortan Herr zu Ortenstein und Heinzenberg. Schon 1475 verkaufte er die Herrschaft, allerdings ohne die Burg, an Bischof Ortlieb vom Chur. Wie lange sie noch bewohnt war, ist unklar. 1482 lebte mit Heinrich Gras noch ein werdenbergischer Vogt auf Heinzenberg. Zwar gelangte die Burg 1523 in den Besitz von Ludwig Tschudi von Glarus, doch vermutlich wurde sie bereits nach dem Tod von Graf Georg um 1504 verlassen und dem Zerfall preisgegeben. 441 應 transm Plein 521 4 aveng 922 Im Vielen Dank.